Dadurch noch mal die letzten Kräfte mobilisieren kann, noch sind sie hinten. Was für eine Chance! Da klatscht der Ball an den Pfosten. Ballgewinn, gefährliche Position. Zieht ab. Ganz stark abgebrockt. Es gibt Eckball, sie sind nur ein Tor hinten und könnten jetzt noch ausgleichen. Jetzt die Ecke. Das war richtig, richtig knapp. Und ein Tor hier wäre so wichtig gewesen. Das war der Schlusspfiff. Das Spiel ist vorbei. Da kann er ihn stoppen.